Herzlich Willkommen zurück zu Diablo 3 Oh, das Teilen von dir, ne? Diablo 3 Ich hab gedacht, da kommt doch irgendwas großartiges Mit Diablo 3 und ich und du und er und wir rennen und hier und voller Action und guck dir Defekte an Alter, wie das aussieht, ne? Also nein, herzlich Willkommen zu Diablo Die blühenden Eier Ja, genau Klammer von Königin Aranae 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 Wollen wir reingehen? Trauen wir uns? Ja Besiegt die Spinnenkönigin? Bist du dir da echt sicher? Ja, komm Ja, ganz sicher? Okay, da mach ich ihn mal auf einmal Ein Kammerjäger Kammerjäger Nicht nur ein Mensch, sondern auch Kammerjäger Ja, du bist alles, Alter, du bist alles einfach nur, alles Ghostbusters Das ist schrecklich Sie saugt ihren Opfern die Gedärme auf dem Körper Das ist doch geil Nein, nein Es ist zu spät, ich kann sie hören Hehe, Königin Spinnenkönigin Spinnenkönigin Also wenn das die Königin ist, ne, dann weiß ich auch nicht Hast du den jetzt erwartet? Ja, ne, wenigstens Was soll ich gucken, ob Outer City läuft? Ne Ich finde den Zuschauern wieder Hass Ja Hass geben willst für dich Ja, klar, mach ich Ich kann nicht mal den Skelettenkönig richtig anschauen, ne? Nein Was für eine schwache Königin Das sind einfach zu gut Das ist halt das Problem Das geht noch nicht Mach mal die Schwierigkeit höher Mhm Ist doch bestimmt nur normal Ne, ist sogar schwer Die Schattenwebe Ja 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 Jetzt ist es weg Alter, wie die Schaden nimmt er Krass Pompöse irgendwas habe ich gekriegt Nein, nein stopp, rette sie nicht Ich will erstmal mein Inventar angucken Lass dich verrecken Klar, pompöse Schifftung Ich hab nen Brustschutz bekommen mit zwei Socken drinnen Alter, ich hab mal richtig Das ist ja nice, okay So, was denn noch ein Dolch Wie viel Rüstung hat denn dein Brustschutz? Mein, mein Brustschutz hat 80 Okay Hast ich dir ja meinen gegeben mit den zwei Socken Weil den brauch ich grad gar nicht Ne, ne Ja Hüfte Lass mal gucken 33 30 6 37 Leben pro getötetem Gegner Das ist natürlich wunderbar Gut Ja Nächste Blätterin glaub ich, oder? Hab Dank, Hab Dank Ähm Können wir diesen schrecklichen Ort nicht verleihen? Und ich check mal kurz Outer City Ja, ne, läuft, passt Drücken sie die Alt-Taste um irgendwas zu machen Hochland-Kreuzung Weil ist ja voll fett Es ist fett bei ihr Äh, war's wer? Ich hab nix gesagt Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirn entführt wurde Haken-Schlag Warte mal 13.000 neue Skills 10.000 10.000 Äh, es gibt sich euch allerdings als schwierig erweisen dorthin zu gelangen Ich bin nicht stolz darauf Aber ich hab den Stab eines mächtigen Schamanen der Casra gestohlen Daraufhin sind die Casra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden Wenn ihr ihn zur Casra Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen alle am skills aussuchen ja so muss das ja auch sein zu überwältigen amoklauf geil mach ich mal gleich amoklauf gefällt dir ne gefällt dir ne ja ich würde jetzt was sagen aber ich mache es nicht weil das war wirklich zu krass schule amoklauf ja ich wollte eigentlich sagen winnenden 2.0 aber das ist echt geschmacklos hast du es auch schon gesagt ja aber ich habe nicht eins gemeint naja so moment entfesselt eure innerung blablabla schaden kritische treffer chance nehmen dann mache ich lieber droger so also wir können weiter oder gleich ein goldener gröner frosch ist doch geil so wie zockt der grässliche noch nicht bereit alter wie er sich einfach nur übel sein skalieren ist man ich brauche mehr zeit auf sie ja wie er nichts kann ich kann auch gar nichts sein kann man ja für die nutter krieg von vorne und von hinten auf die schnauze siehst du dann bar 5000 live 2000 kann gar nichts alter das explodiert was gehen ab und da oben ist auch schon ein teleporter was ist das eine motto eine motto ist noch was nein ich kann nicht hoch springen und 20 gold schicke 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 regenbogen auch süß aus schau mal weiter und ihre größe erlaubt ist zack 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 bahn alter auszustoßen wenn sie angegriffen der mensch ist schon mal ist schon mal sie meisten ihr genaueres studium nicht überlebt selbst viele achtbare akademie schamane genau genommen sollte das thema nun besser ruhen lassen vor allem abnippeln die viecher ja klar du bist ein scheißen mönch mann du bist ein die übelste killer und wenn ich bullshit 7 1 getötet muss sie trommeln von den zerstören wahrscheinlich obwohl neutrisstram und die umliegenden felder über die jahre hinweg wieder besiedelt wurden blieb das hochland bis auf die ruinen von leoricks außenposten bis heute menschen leer in seinem verfolgungswahn ließ der könig mehrere wachtürme bauen die heute jedoch nicht einmal mehr ziegen menschen und wilde bestien fernhalten können eine wahre trage sie menschen ach hast du es auch gehört das buch ich habe gedacht das hast du nicht dafür ist auch aufnehmen dann alter ich brauche kreuzritter schworen ihre leben der suche zu weihen keine kreuzritter teil derjenige sein würde der die verderbnis fand reinigte und so den kreuzzug beendet komm wir müssen mehr pullen ja mein dritter skill ist doch nicht ready brauche ich nicht pullen man muss einfach reingehen man so wie ich jetzt gerade mich hier nur voll auf die eier kriegen das ist so hart aber kann es sein dass hier irgendwie alles feindlich ist alles aber es ist alles friedlich bis wir kommen ja in wirklichkeit sind wir nur irgendwie auf so einem drogentripp oder so eine scheiße der war scheiße scheiße gezielt ach ja keine chance zu töten keine chance und zack so hülle des mond clans ebene 1 flitzen wir da mal rein nein der mond oh gott ist nicht wieder los ich brauche mehr zeit wie viele buffs ich vor allem hab ach ich krieg schaden das ist aber jetzt nicht so schön oh was goldenes ja für mich auch alter sind das laserstrahl auf dem boden oh ein goblin so ein schatz dinge ah ein goblin alle gleich raufgeloppen hier immun ging für langsam scheiße bleib stehen du nutter bleib stehen du nutter das geht noch nicht nein er macht jetzt ein portal nein ja jetzt ist es aber nicht mehr alter oah soll jetzt wir alles hier absennecken ja inventar ja oh ja okay inventar ja okay wir kommen nicht selbst hier anzukommen ja brauchst du eigentlich irgendwas irgendeinen neuen gegenstand eigentlich nicht eigentlich nicht okay fehlerhafte amitist ich brauche mal diese komische juwelieren das durch erst im orient ja zum unterwassertempel oder so weiter ich habe keine ahnung vier ein traumhaft nach keine Chance man keine Chance bereit kathomhaft der Diener alter ich war einfach nur alles am eskalieren ist aber keiner verursacht irgendwie Schaden weder wir noch die ich brauche mehr Zeit los mach mal was kaputt äh das ist kaputt im dass ist es ist als er alles explodiert das auf einmal da ist sein der wagen die ab dem zeit Fähigkeiten magische gegenstünde wir habe ne ich habe jetzt einen helm gefunden aber ich weiß es nicht ob ich dann diamant oder topaz rein machen soll kommt auf an ob du mehr stärke musste auch stärke glaube ich genut krieger ja ne aber topaz ist fünf also fünf prozent bessere chance magische gegenstände rubin erfahrungsbonus und stärke hat er gleich plus 20 oder so ich will aber nicht stärke ich nehme topaz ich will hier ein dings dein dein schaden skaliert aber mit stärke nein ist mir gar nicht gut alter wieder jetzt aussieht mann wie so ein wikinger einfach lächerlich geht zurück nach skyrim junge geh zurück das geile klar nach asgard ja zack zack wieder die kleine spinne angerannt gekommen ist mir einfach verreckt ist schreien raserei bleib hier der hammer ich kann kaum ein auge zutun bis sie mir den planer morgen mitteilt ebene zwei ebene zwei und einen was ist gold und magie gold und ist cool sieben menschen all meine arbeit für einen haufen dämlicher stinkender zieben menschen magda behauptet dass sie unsere wertvollsten verbündeten sind die heilbrunnen auch gar nicht braucht ne aufgerechtige truhe legendäre stiefel ah ui aber warum kriegst du immer legendäre sachen ich hab keine ahnung und ich krieg nur irgendwelche scheiße goblin 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 boah boah der skill alter ist so krass man so ich habe so viel zeug nehmen in fast life und danach müssen wir erstmal weg gehen und noch eine truhe das war keine prächtige oder ja nur so eine so einer aus dem kick ja so einer aus dem kick truhe ah guck mal ein gelber der rennt weg mach ich mal die kleinen kaputt ja ich kümmere mich hier um den das geht noch nicht so dritter skill alter oh plan cage schicksal was ist das denn siehst du das auch was ich ich hab irgendwas grünes bekommen was leuchtet was ist das denn was wo leuchtet was set schmiedeplan leert den schmied wieder in der linke leeren set alter was krieg ich denn alles für ne scheiße man du bist schon ein bisschen scheiße man verstehst du ja auch irgendwie warte geh mal in einen paragon rein hier also da hier wo steht details links beim inventar warte mal details ja ja und dann scrollen wir hier ganz ganz runter wo abenteuer steht ja und dann sag mal wie viel magie fund bonus und wie viel gold fund bonus du hast magie fund bonus hab ich plus 53 prozent jetzt hab ich gar nichts mehr weil der bonus weg ist von uns ja ich hab magie fund bonus 15 und gold fund 113 hast du mehr als nicht du kriegst trotzdem die ganze geile scheiße du arsch also komm lass uns weiter gehen hier ach hier ist schon ein ausgang jetzt da ein kain schicksal der hat den schmied wieder in der set kain schicksal cool ich muss mich wahrscheinlich dann 10 mal finden oder so dass ich es auch schmieden kann wo ist ne truhe wo ist ne truhe da links war ne truhe ok ist ne sack hast du kannst wieder zurück gehen auch durch den schmieden sprung war halt du schon schneller jetzt als ich um um ja 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 also jetzt kommt mein pc damit nicht klar jetzt geht die frame rate erstmal runter ich hab nur 30 ich bin da großzuhren ja Ja, das war aber auch sehr komisch, keine Ahnung was da dran. Ja, aber was jetzt, oh, alter. Was jetzt aber viel schlimmer ist, dass man eine zweite Grafikkarte am Arsch ist. Da muss ich jetzt erst mal gucken, wie ich die wieder zurückschicken kann, weil mit Amazon zurücksenden geht nicht, aber eigentlich nach zwei Monaten müsste ich noch Garantie haben. Da muss ich doch mal gucken, weil das nervt schon sehr. Alter, Hilfe! Alter, was geht mit dem ab? Dann müssen wir gucken, wie ich die Grafikkarte zurückschicken kann, weil notfalls muss ich dann jetzt die eine verkaufen, die andere zurückschicken und dann hole ich mir eine, oder ich hoffe, dass die die mir ersetzen und dann hole ich mir nochmal die. So, ich habe ein volles Invertar. Wenn wir weitergehen, kommt ihr bleibt ein Teleporter mit dem Schreien der Gunst. Im Scheiß kommt ein Teleporter. Okay, ein Scheiß. Ja, ein Scheiß. Ein Großschild des Bären. Egal, fuck it. Die vier Minuten zocken wir jetzt noch, bis wir hier Level abhaben und dann so ein Scheiß. Und dann Pause machen können und dann ist sowieso vorbei für heute. Okay. Weil ich habe ja auch noch ein Leben. Nein. Neben Diablo. Ja, Starbound auflegen. Ja, das muss ich auch nochmal, das habe ich nicht gemacht und das ist jetzt schon mittlerweile Sonntag, 14.20 Uhr. Und dann muss ich jetzt immer ein paar Starbound-Folgen machen. Ich werde es leider nicht schaffen, dass dann jeden Tag eine rauskommt, aber so vier, fünf Folgen vielleicht doch noch. Immerhin. Immerhin. Immer etwas. Ja, eine Stunde oder zwei werde ich immer zocken können. Wird dann halt ein bisschen knapp, aber nein. Werde ich schon schaffen. Such das einfach durch. Natürlich. Ja, ist ja nicht so, dass ich dann wieder um drei Uhr auf Arbeit muss. Nee. Rufe ich einfach an. Jo, Chef. Ich stehe im Stau. Ich komme um drei Uhr nachmittags. Ja, ich bin überlassen. Ich brauche mehr Zeit. Guck mal, da oben ein Gegner. Ey, wieso kann der denn nicht hochspringen, die Mütte? Polen. Polen? Warte, ich pole mit. Ich pole mit. Noch nicht bereit. Dritter Skill. Alter. Was ja alles am Eskalieren ist, ja. Oh, ich wäre fast gestorben. Und Scheiß. Na, ich hätte mich hier hochgehealt. Schieb mich ja wahnsinnig. Wo ist denn hier jetzt dieser scheiß neue Teleporter? Da muss doch einer sein. Komm, gehen wir mal hier hoch weiter. Klar, fahre wir einfach mal durch. Klar. Hier ist eine Truhe. Ähm, hier ist einer übrigens. Was? Teleporter. Ah, wunderbar. Okay, und dann jetzt hier zurück nach Neutristram. Kannst du nicht einfach die Monster hier verlassen? Sonst einsam. Allein gelassen. Allein gelassen. Vor allem wie der Baum einfach als Tier klassifiziert wird. Natürlich. Pflanzen sind Lebewesen und Tiere. Ja, Algen vielleicht. Ne, Plankton. 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 So, ich habe ein legendäres Set für dich. Für mich? Ne, für den Schmied. Feuriger Schwefel. Ja, ja. So, gehen können wir kaputt machen. Ja, den Rest verkaufe ich. So viele Ressourcen brauche ich gar nicht. Sagst du jetzt. Ja, wenn, dann muss ich halt später mal farmen. So, jetzt machen wir die Knochenmauer. Oh, da fehlt mir sogar noch ein legendäres Handwerksmaterial dafür. Was brauchst du denn? Feuriger Schwefel. Den habe ich zufälligerweise gerade bekommen. Nein. Doch, den kann ich dir geben hier. Sehr nett, sehr nett. Ja, kein Problem, kein Problem. Herstellen. Ich brauche nur eine fucking Lederarmschiene. Das kann man nicht angehen. Oh, oh, oh. Boah, komm mir das Schild an. Alter. Kannst du eine Lederarmschiene, also kannst du eine Armschiene bauen, eine gute? Ne, ich kann nur dasselbe Zeit wie du bauen. Ja, ich kann auch diese scheiß bittige Lederarmschiene bauen. Eine Lederarmschiene brauche ich eben noch. Das ist das schlechteste Teil bei mir. Das hätt ich dir viel. Keynes Riemenschuhe. Oder ich gucke, ob der hier einen zum Verkauf hat. Boah, die kosten ja alle. All dieses feuriger Schwefel-Scheiß-Drecksbums. Drecksbums. Drecksbums. Keynes Bums. Boah, die sind auch echt grün, die Sachen. Was kriegt denn noch alles von dem Bauern? Handschuhe. 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 Keynes Erinnerung. Keynes Schicks. Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität, mein Mann. Vielleicht brauche ich mir das ja irgendwann mal. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Oh, ich habe eine Armschiene gefunden. Nein. Ja, aber auch nur so ein scheiß billig Ding. Ah, Mann. Gegenstand verkölft. 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 Ich sehe irgendwie voll kacke aus. Na, wird vielleicht später noch, wenn man ein Set hat oder sowas. Das Set sehe ich aber gerade richtig teuer. Von der gegen, der was bauen willst. Ja, da muss man halt für sparen und hier fleißig, fleißig sammeln. Und ich würde jetzt sagen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Nein. Doch, leider schon. Da muss ich euch jetzt enttäuschen. Dann seht ihr uns jetzt erst wieder in drei Jahren, wenn wir weitermachen mit dieser Aufnahme hier. Nee, Quatsch. Wird schon alles rechtzeitig rauskommen, aber wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. 21 Minuten steht bei mir auf der Uhr, ist die Aufnahme jetzt. Ja, und bevor ich hier noch großartig weiter rumlabere, sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.